So eine Mironic Zippers, Miro's love, Bäume sind love. Ach du warst doch nicht da, ne? Wenn ich mit Toni Bloodhound gespielt habe und dabei getrunken habe. Da passieren sehr viele witzige Sachen. Am Freitag ist es wieder so weit, Naskari. Achso, wenn du dabei sein willst. Denn, äh, snipen kann ich nur, wenn ich Pischchen getrunken habe. Bei den BDO-Bäumchen schnapp ich ein. Ach, ich mach erst, also am Freitag werde ich mit, ähm, Thorsten als Icarus spielen und dann, äh, mach ich Sniperino Amigo. Bumme love, zerstört die Natur am Fließwand. Nein, 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 ich töte sie ja, damit neue nachwachsen. So für das 1000% Event noch eine 12-Tree-Router. 12-Bau mach ich nicht mehr. Tatsächlich. Äh, ich geh entweder Geifen oder Minimum 13er-Router. Also, Realtalk. Geht auch 15er sogar. Ich werd Geifen gehen, aber es wird wahrscheinlich jeder Expedibige machen. Deswegen, mal gucken. Es geht nicht nur 12-Bau um 9. Ich hab damals doch gesagt, es geht nicht nur 12er, es geht auch 13er. Oh. Wie sehen meine verschollenen Augen denn da? Hallöchen Sugar. Aktuell, ja, aber bei 1000% Event wird alles voll sein, was XP gibt. Aber sowas von Safe Call. Safe Call. Und die 12 bauen. Damals auf 66 hab ich sehr viel Solo und sehr viel, fast ausschließlich 12-Rotation-Gang-Grinder. Na, da steht jemand aus der Gilde. Wer ist das? Ich seh das. Wer ist das? Warte kurz. Ey, komm zurück! Wer ist das? Wer war das? War du? Wer war das? Wer ist da geflüchtet von mir? Ich seh das mal aus der Gilde. Echt so, ne? Ähm. Nein. Es ist halt einfach zweimal Ronarus-Runde. Ich glaub's nicht. Stimmt, meine verschollene Kuno. Ja, du stehst doch aber vorne beim Postenverwalter, oder? Zwölf Bäume hat jeder seine drei Bäume. Oder es gibt einen, der schwach ist auf der Brust. Der macht dann, ähm... Könnt dann halt ein Double. Nee, du bist ja nicht history, Momo. Das könnte eigentlich... Toni ist Cookiescrun. Falls er nicht gerade ein Pin ist. Jetzt mit den AP ist zwölfer... Da steh ich nur vor dem Cooldown. Zwölf Bäume machst du entweder zu dritt, oder du machst halt 15er Rotation. Kannst du halt auch machen. Gibt auch eine Möglichkeit dafür. Ja. Ja. Crankster war komplett Miro fast. 15er gibt's, ja. Klingt total... Oh, von Crank. Nice. Gut, dass ich keine Security bekommen hab. Das kann ja witzig werden. Gut, dann sag ich halt nix. Wollt man nicht mal umschalten hier, oder? Sieht der mich überhaupt noch? Ja. 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 Tschüssi, Kofsky, Babydor. Immer ein bisschen flug alleine. Ah, ich glaub das klappt nicht. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Weshalb bin ich unbeschlagen heute mit mir ganz schnell vor... Ich raste mal aus wie so ein Antifakten, ich sag's dir, ne? Das dreht er heute. Scheiße. Sind wir doch grad viel zu viel La Per Money unterwegs? Das sag ich doch schon seit drei Monaten. Aber auf mich schaut da keiner. Ob die Laan war beleidigt? Ich hab GG geschrieben, aber die hat sich einfach direkt verpisst. Die hat gar nichts gesagt. Okay. Wird einer vorbei und dann sehen sie Luga und sagen, dass sie wieder verrückte Försterin. Möglich? Die Cavie da OP. Sagen wir's mal so, ich lass mir einfach nicht die Butter vom Brot nehmen. Ich bin schon eine große Winkern, ich kann das auch alleine. Was ist das für ein komischer Mix? Lenny, da bist du ja. Lenny, wir haben da mal ne Frage an dich. Okay, Gina hat schon. Ich hab doch gesagt, er ist nach dem Essen eingeschlafen. Siehst du, wie ich's halt einfach wusste. Wie ich's einfach wusste. Schaut dir mal die Strings an und dann sag nochmal DK OP. Ich glaub, ganz oben ist nur eine einzige DK, ne? Ich glaub ich. Du hast nicht mehr gegessen? Du bist wie Gina, ne? Gina will sich was zu essen machen und pennt ein. Das hatten wir auch schon mal. Also, was ist los mit euch? Wie kann man denn schlafen gehen, wenn man sich was zu essen machen will? Ich lass nochmal fern, denke. Kann er mir in den Top 100? Ich dachte, da war noch einer. Okay, krass. Echt? So heftig? Ja, dann hab ich mich auf Bett gesetzt, um was in meine Tasche zu kramen. Weil da weiß ich, wie du weißt. Okay. Ich versuche mir das Bild nicht vorzustellen. Auf dem Weg zurück. Auf dem Weg zur Küche ist halt ne Couch im Weg. Was soll man machen? Ich kann zwei Dinge, um wieder wacher zu werden. Entweder ich schlafe mich wieder fit oder ich nehme Nahrung auf und verhält es nur Energie. Naja, aber wenn du... Also Gina zum Beispiel ist ja Vorbild, ja. Geht los, will ich das zu essen machen und legt sich da mal kurz bevor sie in der Küche ist auf die Couch und pennt ein. Ja, glaub ich dir da. Alles gut, Lenny. Bist du jetzt wieder ein bisschen fit dann wenigstens? Oder bist du jetzt richtig im Arsch dadurch? Ich hab gar keine Zeit zum mit Dachschlafen machen. Muss grinden. 20 Uhr. Das wird die Woche immer noch so scheiß schicken. Ich schlafe tags und bin nachts wach. Ich stehe jeden Tag um 6 Uhr auf. Gehe dann mit den Hunden. Dann mache ich Sport. Dann fange ich an zu arbeiten. Nach der Arbeit fange ich an zu streamen. Dann gehe ich mit den Hunden, mache Sport und geschlafen. Das ist mein Ablauf. Also, Real Talk genauso. Sommersportmann, durch wird der Körper wacher. Also, was das angeht. Ich bin auf jeden Fall ausgeglichener und werde meine Power los. Das ist schon hin. Ja, da durch. Ich bin auf jeden Fall los. Da durch. 3,30 Euro aufstehen, schon sehr eklig. Finde echt. Na, ich schlafe generell immer so sechs Stunden vom Schnitt, wenn ich es schaffe um sieben Ich mache es kalt duschen, dann wäre es besser. Das mache ich gerne nach dem Training, ehrlich gesagt. Ist sowieso total gesund, ab und zu mal kalt duschen. Zehn Stunden. Oh, die Zeit ist schon lange vorbei bei mir, ne? Hä? Wofür ich nicht den Ding gefallen hat? Ja, das geht bei mir nicht. Also dadurch, dass der Tag leider nicht mehr als 15 Stunden hat, geht es bei mir gar nicht anders. Ja. Mein Kind meint nachts, um das Schlafzimmer zu kommen, mich wach zu machen. Weil weiß keiner wieso. Egal ob Gewitter draußen oder so. Oder einfach so. Also Menschenmix sind komisch, ne? Jede Nacht? Okay. Ja. Schieß doch einfach mal die Tür ab. Aber mal die Tür abschließen. Vielleicht suchst du doch einfach nur Nähe oder so. Weißt du nicht. Dass es um Kinderkopf vorgeht, kann ich gar nicht sagen. Ja. 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 Ich hab mit offenen Augen von meinen Eltern im Schinken geschlafen und meine Mutter hat einen Schock bekommen. Meine Mama hat mir auch schon mal erzählt, dass ich total oft als Kind mit offenen Augen geschlafen habe und sie voll auf den Schock bekommen hat, weil sie dachte, ich bin tot. Deswegen hat sie mich auch teilweise absichtlich geweckt, nur um zu gucken, ob ich noch lebe. Was für eine Technique. Ja. Waffe eine Technique aber auch. Ich habe mich geweckt, um zu gucken, ob ich noch lebe. Ich weiß nicht, ob ich heute zum Tag immer noch mit offenen Augen schlafe, oder so halb offen. Halb offen, glaube ich. Teilweise. Wurde mir zumindest gesagt, aber guckst schon. Genau. Ja, so. Ich bin im Schlaf. Weißt du? Du kannst nicht im Schlaf, kannst ja nix steuern, so. Kannst ja nix machen. Was du dagegen machen sollst? Naja, dann... Da gibt es einige Möglichkeiten, was du da machen kannst. Weil so sollten sie sich nicht verhalten. Gina-Line. Das ist auf jeden Fall nicht. Kannst ja ja Träume steuern. Na ja. Ja, Junge, und... Ja, ich war auch mal klein. Lieb ich immer noch durch das Haus. Ich wüsste mich zum Morgen von nicht. Gut, das ist ja immer so Richtung Schlafwaddel, ne? Das mache ich zum Glück nicht. Okay. Also, ich weiß streckenweise nicht mal, was ich geträumt habe, ne? Also... Wir träumen auch, glaube ich, bis zu 100 Träume oder so in einer Nacht. Woran wir uns aber, wenn es hochkommt, nur an ein oder maximal zwei erinnern können. Soweit ich weiß. Luzides Träumen. Okay. Aber wenn du... Dann bist du aber, glaube ich, nicht in dieser Rem-Phase, oder? Oder wie ist das dann bei dem luziden Träumen? Wenn du... Wenn du... Sagst du immer noch zum Breakdance. Naja. Ich weiß nicht, wenn meine Träume gar nicht steuern können. Ich lasse mich überraschen. Oh, wie eine Scheiße kommt das schon wieder raus. Das sind einfach sogar so eine Tischplachphase. Okay. 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 Einen Traum hatte ich mal 17 mal. Ach siehste, Lenny müsste jetzt eigentlich auch wieder voll gut schlafen, ne? Lenny, haben die Träume jetzt eigentlich auch gehört von der Blackstar? Ich fällt mir da gerade ein. Du wurdest jetzt schon verwirkt im Schlaf davon. Oh ja, Pink. Ich glaube Pinker krieg ich es gerade nicht, ich bin in dem Blau. Von Hochhaus runtergesprungen. Ich hatte einen Traum auch, ich glaube, was waren das? Maximal, glaube ich, eine Woche war das, aber sieben oder acht Tage. Dass ich verbrenne war auch ganz, war auch ganz nice. Witzigerweise sind auch die Augenschmerzen weg. Hä? Okay. Okay, Lenny, wir lernen daraus, dass du dich psychisch... Morgen! Ich bin schon wieder gefologen. Ich bin halt manchmal in der Ladenliste, wenn man mein Handy geht. Haben die das immer noch nicht gefixt? Lenny, du darfst dich schließlich nicht so reinsteigern in deine Up-Session. Runterfallträume. Kennst du das, wenn du im Bett liegst, kurz vorm Einschlafen und dann hast du das Gefühl, du stolperst oder fällst irgendwo runter und bist voll am Zusammenzocken? Richtig widerlich. Richtig widerlich. Richtig widerlich. Aua, das ist richtig eklig, wenn du das denkst so. Alter. Ich dich übel. Du sagst, du doch nicht das gleiche, was ich sage. Was ist mit dir? Wo kommt das und das her? Ja, dass ich hasse es. Ich weiß nicht. Die Fettfingern, wenn ich... Ich lehne wieder raus, die Blackstar hat mir ordentlich Probleme bereitet. Wir lernen daraus, lehne ich ab, dass in Zukunft keine Blackstars mehr. Wir so verbrennen. Ich habe immer geträumt, ich weiß noch genau, was das gewesen ist. Es war irgendwie so eine Art Tour, wo man so reingezogen wird und alles hat gebrannt. Das weiß ich noch. So richtig real, das war richtig ekelhaft. Da ist doch immer... Da hast du immer noch nicht gesagt, du willst du da mit oder? Und ob du uns gedrückt hast. Oh Gott. Das kam aber unerwartend. Oh no. Ich lese hier nur vor. Das shit. Okay. Ich habe nichts gesehen. Das ist nicht neu. Wenn du dich ignorierst, dann werde ich gleich zum Edge. Ich ignoriere dich doch gar nicht. Bist du doof? Ignorier doch gar nichts. Dann werde ich zum Edge. Rührst du mich dann an? Oder? Kommt immer dieses Ruhe rennen? Oh, der Edge. Ah, na, 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 na. Ich sehe, weil es ein Flink. Wer ist hier bei mir auf dem Spot? Ich habe es genau gesehen. Ich habe es genau gesehen. Ich gucke. Ich gucke. Na gut. Gespart wärst du ein Bersi, ja? Bist du schon Bersi, ja? Wird auch zur Vespa, wenn mich diese Fliege weiter nervt. Zur Vespa. Also, ich werde zum Marienchenkäfer. Wird mich jemand ärgern. Warum? Ich pisse die Leute einfach an. Der Lemon Edge, grüßelige Vorstellung. Nein, ich möchte mir Momo nicht als Edge vorstellen. Das ist ja quetschen wie so eine Mücke, die mir den ganzen Tag auf den Nerf geht. Ey, ich weiß. Das machen wir richtig Gewey auch. Das machen wir richtig Gewey auch. Ich habe das ja nicht ohne Grund gesagt, du. Aber mit einer Hand navigieren, ist mir schwieriger als in den Zug rein. Ja, na klar. Ja. Ja, natürlich. Da sehe ich Gina besser. Du böser Mensch, die Gewey. Kriegst du alles zurück? Schick. Du, ich kann sofort umlocken. Welche Bettelarenerwitzen? Ich habe keine Witze. Ganz halt, muss grinden. Mhm. Eigentlich müsste ich mir den Spruch echt noch tätowieren lassen, ne? Das Problem ist, wenn ich mit Momo in die Bettelarener gehe, da denkt jeder, dass ich dann trolle, weil der einfach so Puff macht. Das sieht dann für mich auch wieder scheiße aus im Stream. Stell dich dem Feind, auch wenn er übermächtig ist. Sei ein Mann. Sorry, ich bin kein Mann. Sorry, ich bin kein Mann. Also das über sich selbst zu sagen, ist tough. Tough. Ja, klar, damit du dich mit deiner Schei carryst und ich da fünf Jahre auf deine Schei entrüge, oder was? Nö. Weg, große Fresser. Der muss doch dafür einstehen. Ganz alleine, ohne Hilfe. So läuft's. Meine Pompons auspacken. Welche Farbe haben deine Pompons? Wenn sie keine Seahawksfarben haben, dann bist du raus. What don't say? Ja, die habe ich gar nicht an. Also ich habe die nicht an beim Streamen. Ich finde die auch super wötige. Was ist so scary? Was ist so scary? Was ist so mad? Moment. Hm? Brauche ich mal gleich einen Nystria-Spot, by the way. Ich bin ja heute eher ungeschlagen. Grüne Pompons? Na gut. Musstest du gerade googeln, was T-Hawksfarben sind? Die Blaine Mischungsschalkung, hört sich. Apropos Gold. Ich kann die Playlist halt einfach raus, finde ich, ne? Dann mal die Klippe. Guck dir ja in Kotzfarbe. Warum Kotzfarbe? Warum Kotzfarbe? Limone. Ja, zu. Aber es ist ja eine Zitrone. Keine Limone. Theoretisch. Theoretisch. Theoretisch, ja. Praktisch können wir ihn anmalen. Das finde ich nicht. Machst du das dann? Wie passend. Wie passend, aber? Machst du nicht, diese Tracks? weil ich hab jetzt so viel Zürmer und so bekommen ich hab wenigstens gedacht, dass ich mindestens ein Wodka droppe aber nope hm Lenni meint, Lenni achso, wenn ich nur da ausgemacht hab ich musste lesen ich musste genauer lesen ne, wer abkackt wird angemalt, sag mal nochmal Lenni kennst du nicht?